die frage ist kann er überhaupt die sitz passieren die mann heiß ich weiß ob er es kann oder die frage ist aber mit stick brennt er wartet ja was ist die frage kennst du hier mal platt machen was so meist macht aber nicht wirklich ich werde mal abreißen bei meinem vorersteller mal bei 0 info anfangen hinstellen schauen was er macht so du hast ein einfach normal in die luft platziert das 1 obendrauf ja also ich habe auf der gleichen eben eine setzlinge wie er selbst tut so not we need fuel was kriegst du hat zettlinge ok kriegst es sind die to-gestaltung margaret war die falsche ist er wurde aus ja auch was erzieht wenn wir es stünden dafür da drin die frage ist halt ob es kann wegen unserem anderen mod dass wir automatisch platzieren können machine can be placed one block below the ground da 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 in der beschreibung ich glaube ja das ist ja gemeint ist auf dem film dass die maschine oben stehen moment also ich kann es auch noch mal kurz ich kann plant and harvest all chips of machine show place one block unter dem boden also eigentlich so heißt das dann so und oben immer noch im wasser einmal her sind wir nicht helfen ein und da macht noch immer nix weil in der beschreibung steht ja maschine ich habe noch ein paar abbrechen geklatscht ok also halt eins unter dem boden man könnte auch lesen lesen kann es kein ich sag's immer aber es ist nicht so einfach ich weiß ja gut dann stellen wir doch wieder hin wo er hingehört der einzelne boden damit er halt oben auch drauf hat er sieht so voll schön aus was wir gemacht haben so ein erdloch dann ne ho ein bisschen plastik hier und da 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 i plan things so ein das braucht auch die upgrades bad jetzt funktioniert waiting waiting wenn man jetzt lange genug gewartet hat ja bis der die Gießkanne mit der Gießkanne da gedingst hat die gießkanne wird ja benutzt man muss ja nicht so schnell gehen wenn das nicht bei läuft läuft ja ums automatische aber was bringt dass die gießkanne wenn man dann nicht ernten darum geht es ja eher es hat du kannst einfach alles hier reinschmeißen automatisch darum dass du eine neue gießkanne krieg dass ich ein luxus die um nichts selber kommen er hat bald keine gießkanne mehr service angebot labgelegt was alle gießkanne verbrauchte er braucht man halt eine weile um die zu befinden dass sie sehr ganz voll sind kommen jetzt zurück das ist klar aber der hat ja quasi acht stück drin was perfekt läuft so wir haben es probleme 1 gefächt vorläufig mal fünf minuten verpasst ich weiß er hätte er habe ich gemerkt dass man halt bis 20 ja ja glaub ich ja weiß nicht von mir eigentlich mal auf dem raspierring ist 20 aber du weißt doch wie ich bin ich bin er ist nicht so gut was noch zu tun die frage da wie gesagt angefangen wie groß kann man das machen von den Dingen jetzt ist es immer hier er so es ist ein abgleicher ne 1 habe ich mal noch, dann werden es 10 mal gucken das geht bzw 10 ist eh schon glaube ich oder? ne doch 10 ist schon, jetzt ist 11 11 was macht ihr? ja der radius von der maschine wo er erntet ist jetzt 11 das könnte mir eigentlich auch mal eine rohe machen könntest du so was macht deine maschine hier? auf geht halt über einen stick wie shopping aber nicht mehr lange man sollte immer da drauf irgendeinen stick haben kein few wo ist eigentlich der holz hin? er sollte das set verbrannt haben wahrscheinlich es hat vielleicht nicht aber brennt jetzt nicht unsere kisten klar doch ich habe nichts anderes einstecken was sie teuer sind ja was soll ich machen wenn ich anders hab ja du tust rechts speichern du kannst eventuell verbrennen wenn du das hast darf ihn gehen war ich schon ja wenn ich jetzt umbring können wir machen muss ich nur sagen wie vorhin sieht man immer so meckle ich freue mich jetzt was da macht der Typ da kann man da gibt's da speed upgrades? milk car upgrade doch ne auto ja das 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 wieder filter player mob searching upgrade halt auto farm sharing animals ne also dings gibt's irgendwie nicht speed wie nicht wirklich du müsstest halt wahrscheinlich einfach demnächst größere farm nehmen weil schnelleres werkzeug ja das ist die spitze auch weg die axt haha saurisches leben die farm hat auch nichts die braucht auch mehr als wie sie produziert erst 9 o code also wir haben es ein bisschen mit unserer farmen das ist nicht gut also unsere farmen die laufen nicht ganz sagen sie was läuft ist die Weizenfarmen die läuft ja okay habe ich auch nicht gebaut muss ja funktionieren wir haben auch nicht mehr farmen 2 baumfarmen haben wir ja und wer hat diese apparatur hier gebaut die uns keine ahnung was sich viele gießkannen schon erzählt hat die macht nur gießkannen die tut nicht arbeiten die macht nur gießkannen die macht nur gießkannen ha viel schneller wenn nicht mehr die gießkannen selber pfeffer ich brauch braut ich fresse braut da la 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 am wenigsten haben wir heute schon mal geschafft dass wir kein hungerproblem mehr haben genau und ne query die läuft haben wir auch oder nicht mehr läuft haben wir auch aber die eigentlich relativ gut funktioniert ja kann kann man nichts sagen also läuft cannola wir könnten den generator bauen der was mit cannola läuft simpel cannola wie heißt das cannolaöl schau mal was ich jetzt geschafft habe oh yeah wir sollten mehr den achievements folgen das brauchen wir jetzt aber wohl nicht doch nein weil man es nicht mal kann ich kann nämlich kein Brot erzeug ich kriege ich nie dass es schief wird dass ich Brot gemacht habe ja und schau mal lieber dass wir weiter kommen aber wir haben Essen das ist dann so ähm ich find's toll ich find's toll vor allem so richtig diese Brotfladen da packen wir sollten die sicherheitshalber rausnehmen vor der Maschine wegen irgendwelchen Dinge verschwinden ja wenn du wieder Updates machst sind sie wieder weg ich hab auch kein Map um das zu testen das wow wir haben schon drei Äpfel mit der Maschine da ja Holz hab ich ja immer rausgenommen ja das ist Diamant geh Diamant sind halt teuer ja das Holz tut sie halt selber verbrannt und genau das ist unser Problem da macht sie ja minus ja weil Holz halt siehst du schon zu Holz sagen halt Holz ist halt Holz ja ich sehe halt schon ich glaube wir waren in der Hof haben wir mal nicht drüber wegkommen ja außer wir wollen die natürlich mit Diamant und Achtung Achtung hinter der Krepa ich glaub schon ich glaub schon Lauf es hat jetzt auch nicht die Lösung wir müssen halt jetzt da krieg ich so Licht super bist du nah genug dran also ich mir kann es jetzt ein keine Ahnung da hat er dich getriggert ich glaube endlich ja aber ich ja paar Meter weiter weg keine Ahnung ja ja es hat gern bei gewesen ah eine Bühne eine Bühne eine Bühne du musst sie töten und was sie töten ich hab sie getötet ja ja müssen wir halt echt noch gucken oder vielleicht wir müssen den irischen Lackblock platzieren und auslösen ich hab einen Not-Dynamine ausgelöst aber einen Blitzschlag bekommen und mehr nicht ich weiß nicht soll ichs tun? nä tu es lieber nicht nicht hier oben doch glaub ich ein gutes guter Anfang vom Ende ich sag dir wenn da ein Bitter kommt kannst du ihn töten ne das war's neunmal der Bitt reich da haben wir noch einen im Haus kommen da Bitter raus kann sein das ist halt das ist das Problem sag ja wenn er rauskommt kannst du dich da bitte so wir müssten halt mal Meiningwelt anstehen wir haben wohl andere Probleme außer Meiningwelt vor allem noch nicht ordentliche Erzgeneration genau das wir mal Punkt 1 das Modback ich kümmere mich drauf wenn wir das haben dann können wir eben auch erforschen gehen und Village-Dörfer und sowas wir haben hier eine wunderschöne Festung gebaut ich hab noch nie so ein wunderschönes Haus wunderschön quadratischer Klotz ja er wird wohl auch mal irgendwann mal ein bisschen weil immerhin das dieser dieser ganzen hat ja schon ein bisschen was wir können halt am Anfang noch nicht schön bauen das man halt auch bisschen berücksichtigen immer diese ausreden immer diese ausreden wenn er vor allem warum noch nicht schön gebaut hast du keine Ahnung weil du gesagt hast können wir uns nicht leisten jetzt bin ich wieder schuld ja wo ist eigentlich mein Hanf ob man Drogen ich brauche Drogen Junge Drogen 19 in Minecraft aber ich würde sagen wir haben heute viel geschafft genau das nächste Mal müssen wir uns halt um die Baumfarbe noch kümmern und um Strom und um unser Lager ja vielleicht geben wir offline noch ein bisschen meine und die quer umstellen und ich mach vielleicht mein Smallpack genau also macht's gut Leute bis zum nächsten Mal Tschüss